Das ist William Wilson, eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Selbst wenn ich es könnte, würde ich es doch vermeiden, von dem unaussprechlichen Elend und der unverzeihlichen Verdorbenheit meiner letzten Jahre hier zu reden, von dieser Zeit, von diesen letzten Jahren, die meine Seele so mit Schändlichkeit belastet, will ich nur insofern reden, als ich versuchen will, hier niederzulegen, was mich so in die Tiefen des Bösen hineingetrieben. Gewöhnlich sinkt der Mensch nur nach und nach. Von mir fiel alle Tugend in einem Augenblicke ab, gleich einem Mantel. Aus verhältnismäßig geringer Schlechtigkeit wuchs ich mit Riesenkraft zu den Ungeheuerlichkeiten eines Heliogabalus auf. Welcher Zufall! Welches Ereignis dies veranlasste, will ich euch jetzt berichten. Mir naht der Tod und der Schatten, der ihm vorbegeht, hat mein Geist sanftmütig gemacht. Da ich nun das düstere Tal durchschreiten muss, verlangt mich nach dem Mitgefühl, fast hätte ich gesagt nach dem Mitleid meiner Menschenbrüder. Ich möchte sie gern davon überzeugen, dass ich in gewissem Grade der Sklave von Umständen gewesen bin, die außerhalb menschlicher Berechnung liegen. Ich möchte, dass sie inmitten der Einzelheiten, die ich hier wiedergeben will, in all der Wüste von Fehl und Verwirrung, hier und da wie eine Oase die unerbitterliche Schicksalsfügung fänden. Ich möchte, dass sie eingeständen, dass wie sehr auch wir Menschen von Anbeginn der Welt versucht werden, nicht einer so verflucht wurde wie ich und gewisslich nicht einer so unterlag. Lebe dich nicht vielleicht in einem Traum und sterbe als ein Opfer geheimer und schrecklicher äußerer Kräfte, die in uns wirken? Ich bin der Abkömmling eines Geschlechts, das sich von jeher durch eine starke Einbildungskraft und ein leicht erregbares Temperament ausgezeichnet. Schon in frühester Kindheit bewies ich, dass ich ein echter Erbe dieser Familienveranlagung sei. Je mehr ich heranwuchs, desto mehr entwickelten sich jene Eigenschaften, die aus vielen Gründen meinen Freunden zu einer Quelle der Besorgnis und mir selbst zum Kummer wurden. Ich wurde eigensinnig, ein Sklave all meiner wunderlichen Leidenschaften. Meine willensschwachen Eltern, die im Grunde an denselben Fehlern litten wie ich, konnten wenig tun, meine bösen Neigungen zu unterdrücken. Einige schwache und unrichtig angefangene Versuche endeten für sie in völlige Misslingen und infolgedessen für mich in hohem Triumph. Von nun ab war mein Wort Gesetz im Haus und in einem Alter, in dem andere Kinder fast noch am Gängelbande hängen, war ich in Tun und Lassen mein eigener Herr. Meine ersten Erinnerungen an einen regelrechten Unterricht sind mit einem großen, weitläufigen Haus in einem düsteren Städtchen Englands verknüpft, wo es eine große Menge riesiger, knorriger Bäume gab und alle Häuser uralt waren. Ja, wirklich, es war ein Städtchen wie in einem stillen Traum. Alles dort wirkte ehrwürdig und beruhigend. Jetzt, da ich das schreibe, fühle ich wieder im Geiste die erfrischende Kühle seiner tiefschattigen Alleen, atme den Duft seiner tausend Büsche und Hecken und erschauere von Neuem unter dem tiefdunklen Ton seiner Kirchenglocken, die Stunde für Stunde mit plötzlichem Dröhnen die Sonnennebel durchbrachen, in die der verwitterte Kirchturm schlummernd eingebettet war. Das Verweilen bei diesen Einzelheiten der Schule und ihrer Umgebung bereitet mir vielleicht die einzige Freude, derer ich jetzt noch fähig bin. Mir, der ich so tief im Elend stecke, der ich die Wirklichkeit so dunkellastend empfinde, wird man verzeihen, dass ich geringe und zeitweilige Erholung suche im Verweilen bei solchen Einzelheiten, die überdies so unbedeutend und vielleicht sogar lächerlich sie scheinen mögen, in meiner Erinnerung von großer Wichtigkeit sind, da sie zu einer Zeit und einem Orte in Beziehung stehen, in denen mir die erste unklare Kunde wurde von dem dunklen Geschick, das mich später so ganz umschattete. Erlaubt mir also diese Rückerinnerungen. Das Haus, ich sagte es, schon war alt und von weitläufiger, unregelmäßiger Bauart. Das Grundstück war sehr umfangreich und von einer hohen, festen Backsteinmauer umschlossen, die oben im Mörtel bestrichen war, in dem Glassplitter steckten. Dieser Festungswall, diese Gefängnismauer, bildete die Grenze unseres Reiches, das wir nur dreimal in der Woche verlassen durften. Einmal Samstagnachmittag, wenn wir von zwei Unterlehrern begleitet, gemeinsam einen kurzen Spaziergang in die angrenzenden Felder machen durften und zweimal des Sonntags, wenn man uns in Reih und Glied zum Morgen- und Abendgottesdienst in die Stadtkirche führte. Der Pfarrer dieser Kirche war unser Schulvorsteher, mit welch tiefer Verwunderung, ja Ratlosigkeit, pflegte ich ihn von unserem entlegenen Platz auf dem Chor aus zu betrachten, wenn er mit feierlich abgemessenen Schritten zur Kanzel emporstieg. Dieser heilige Mann, mit der so gottergebenen Miene im strahlenden Priestergewande mit sorgsam gepuderter, steifer und umfangreicher Perücke, konnte derselbe sein, der mit saurer Miene und tabakbeschmutzter Kleidung den Stock in der Hand drakonische Gesetze ausübte. Oh, ungeheurer Widerspruch, so ewig unbegreifliches Rätsel. In einem Winkel der gewaltigen Mauer drohte ein noch gewaltigeres Tor. Es war mit Eisenstangen verriegelt und von Eisenspießen überragt. Welch tiefe Furcht flößte es ein. Es öffnete sich nie, abgesehen für die drei regelmäßig wiederkehrenden wöchentlichen Ausgänge. Dann aber fanden wir in jedem Kreischen seiner mächtigen Angeln eine Fülle des Geheimnisvollen, eine Welt von Stoff für ernstes Gespräch oder stumme Betrachtung. Das weite Grundstück war von unregelmäßiger Form und hatte manche umfangreiche Plätze. Drei oder vier der größten bildeten den Spielhof. Er war eben und mit feinem, harten Kies bedeckt. Weder Bäume noch Bänke standen dort. Natürlich lag er in der Nähe des Hauses. Vor dem Hause lag ein schmaler Rasenplatz mit Buchsbaum und anderem Strauchwerk eingefasst. In diesem geheiligten Teil überschritten wir jedoch nur selten, etwa bei Ankunft in der Schule oder bei der endgültigen Abreise oder wenn ein Verwandter oder Freund uns eingeladen, die Weihnachts- oder Sommerferien bei ihm zu verlieben. Aber das Haus, was für ein komischer alter Bau! Für mich war es ein wahres Zauberschloss. Seine Winkel und Gänge, seine unbegreiflichen Ein- und Anbauten nahmen kein Ende. Es war jederzeit schwierig abzugeben, in welchen seiner beiden Stockwerke man sich gerade befand. Man konnte sicher sein, von einem Zimmer zum anderen immer ein paar Stufen hinauf oder hinunter zu müssen. Dann gab es zahllose Seitengänge, die sich trennten und wieder vereinigten oder sich wie ein Ring in sich selbst schlossen, so dass der klarste Begriff, von dem wir vom ganzen Haus hatten, beinahe der Vorstellung gleichkam, die wir uns von der Unendlichkeit machten. Während der fünf Jahre, die ich hier verlebte, konnte ich nie mit Sicherheit feststellen, in welchem entlegenen Teile der kleine Schlafsaal lag, der mir und etlichen 18 oder 20 anderen Schülern zugewiesen war. Das Schulzimmer schien mir der größte Raum im Haus, ja, in der ganzen Welt. Es war sehr lang, schmal und auffallend niedrig, mit spitzen gotischen Fenstern und einer Decke aus Eichenholz. In einem entlegenen, schreckeneinflößenden Winkel befand sich ein viereckiger Verschlag von 8 oder 18 Fuß Durchmesser, der stets während der Unterrichtsstunde das Sanktum unseres Schulvorstehers des Reverend Dr. Barnsby bildete. Der Verschlag war durch eine mächtige Türe wohl verwahrt, und wir wären lieber unter Martern gestorben, als dass wir gewagt hätten, in Abwesenheit des Dominus die Türe zu öffnen. In anderen Winkeln standen zwei ähnliche Kästen, von denen wir zwar weniger Ehrfurcht, aber immerhin Furcht hatten. Einer derselben war das Katheter des Lehrers für klassische Sprachen, der andere das für den Lehrer des Englischen, der gleichzeitig Mathematiklehrer war. Verstreut im Saal, kreuz und quer in wüster Unregelmäßigkeit, standen zahlreiche Bänke und Pulte, schwarz, alt, abgenutzt, mit Stapeln abgegriffener Bücher bedeckt und so mit Initialen ganzen Namen, komischen Figuren und anderen künstlerischen Schnitzversuchen bedeckt, dass sie ganz ihre ursprüngliche Form, die sie in längst vergangenen Tagen besessen haben mussten, eingebüßt hatten. Am einen Ende des Saales stand ein riesiger Eimer, mit Wasser am anderen eine Uhr von verblüffenden Dimensionen. Eingeschlossen von den gewaltigen Mauern dieser ehrwürdigen Anstalt verbrachte ich das dritte Lustrum meines Lebens, doch weder in Langweile noch Unbehagen. Die überschäumende Gestaltungskraft des kindlichen Geistes verlangt keine Welt der Ereignisse, um Beschäftigung oder Unterhaltung zu finden, und die anscheinend düstere Einförmigkeit der Schule brachte mir stärkere Erregungen, als meine reifere Jugend aus dem Wohlleben oder meine volle Manneskraft aus dem Verbrechen schöpften. Ich muss allerdings annehmen, dass meine geistige Entwicklung eine ungewöhnliche, ja fast krankhafte gewesen ist. Die meisten Menschen haben in reifen Jahren selten noch eine frische Erinnerung an die großen Ereignisse aus ihren frühen Kindheiten. Alles ist schattenhaft grau, wird schwach und unklar empfunden, ein unbestimmtes Zusammensuchen matter Freuden und eingebildeter Leiden. Mit mir war das anders. Ich muss schon als Kind mit der Empfindungskraft eines Erwachsenen alles das erlebt haben, was noch jetzt mit klaren Tiefen und unverwischbaren Schriftzügen, wie die Inschriften auf den katharischen Münzen in meinem Gedächtnis eingegraben steht. Und doch, wie wenig, wenig vom Standpunkt der Menge aus gab es, was der Erinnerung wert gewesen wäre. Das morgendliche Wachen, der abendliche Befehl zum Schlafen gehen, der Unterricht, die jeweiligen schulfreien Nachmittage mit ihren Streifzügen, der Spielplatz mit seiner Kurzweil, seinem Streit, seinen kleinen Intrigen, all dieses, was meinen Geist wie durch einen Zauber lange Zeit ganz entrückt gewesen, war dazu angetan, eine Fülle von Empfindungen, eine weltreichen Geschehens, eine Unendlichkeit vielfältiger Eindrücke und Leidenschaften zu erwecken. Oh, le bon temps, c'est Cécile de Ferre. Es ist die Tatsache. Es ist Tatsache. Mein feuriges, begeistertes, überlegenes Wesen zeichnete mich von meinen Schulkameraden aus und hob mich nach und nach über alle empor, die nicht etwa bedeutend älter waren als ich selbst, über alle, mit einer Ausnahme. Diese Ausnahme war ein Schüler, der, obwohl er kein Verwandter von mir war, doch den gleichen Vor- und Zunahm trug, wie ich, ein an sich unbedeutender Umstand. Denn ungeachtet meiner edlen Abkunft trug ich einen Namen, der in unvordenklichen Zeiten durch das Recht der Verjährung jedermann freigegeben worden sein mochte. Ich habe mich also hier in meiner Erzählung William Wilson genannt, ein Name, der von dem wirklichen Namen nicht allzu sehr abweicht. Von allen Kameraden nun, die bei unseren Spielen meine Bande bildeten, wagte es mein Namensvetter allein, sowohl im Unterricht als auch in Sport und Spiel, mit mir zu wetteifern, meinen Behauptungen keinen Glauben zu schenken, sich meinem Willen nicht unterzuordnen, kurz sich in allem gegen meine ehrgeizige Oberherrschaft aufzulehnen. Wenn es aber auf Erden einen überlegenen und unbeschränkten Despotismus gibt, so ist es der, den der Herrschergeist eines Knaben auf seine weniger willensstarken Gefährten ausübt. Wilson's Widersetzlichkeit war für mich eine Quelle der Verwirrung, umso mehr als ich, trotz der prahlerischen Großtuerei, mit der ich ihn und seine Anmaßungen vor den anderen behandelte, ihn im Geheimen fürchtete und annehmen musste, dass nur wahre Überlegenheit ihn befähige, sich mit mir zu messen, mich aber kostete es beständige Anstrengung, nicht von ihm überflügelt zu werden. Doch wurde seine Ebenbürtigkeit in Wahrheit nur von mir selbst bemerkt. Unsere Kameraden schienen in unerklärlicher Blindheit diese Möglichkeit nicht einmal zu ahnen. Auch äußerten sie sich seine Nebenbuhlerschaft und seine hartnäckiger Widerspruch weniger laut und aufdringlich als insgeheim. Es hatte den Anschein, als mangel ihm sowohl der Ehrgeiz zu herrschen, als auch die leidenschaftliche Willenskraft, sich durchzusetzen. Man konnte glauben, dass nur das launische Vergnügen, mein Erstaunen zu erwecken oder mich zu ärgern, seine Nebenbuhlerschaft veranlasse. Trotzdem gab es Zeiten, wo ich voll Verwunderung, Beschämung und trotz wahrnehmen musste, dass er neben seinen Angriffen, Beleidigungen und Widerreden eine gewisse, unangebrachte und mir durchaus unerwünschte Liebenswürdigkeit, ja, Zuneigung verriet, konnte mir sein Betragen nur als die Folge ungeheuren Dünkels erklären, der es ja immer liebt, sich in überlegenes Wohlwollen zu kleiden. Vielleicht war es dieser letzte Zug in Wilsons Benehmen, verbunden mit der Übereinstimmung unserer Namen und dem bloßen Zufall, dass wir beide am nämlichen Tage in die Schule eingetreten waren, was bei den oberen Klassen die Meinung verbreitet hatte, wir seien Brüder, doch verlegten sich die älteren Schüler mit den Angelegenheiten der Jüngeren wenig zu befassen. Ich habe schon vorher gesagt, dass Wilson nicht im Ferntest mit meiner Familie verwandt war, doch wären wir Brüder gewesen, so hätten wir Zwillinge sein müssen, denn nachdem ich die Anstalt des Dr. Brambys verlassen, erfuhr ich durch Zufall, dass mein Namensvetter am 19. Januar 1813 geboren war. Und dieser Umstand ist einigermaßen bemerkenswert, denn das ist genau das Datum meiner eigenen Geburt. Es mag seltsam erscheinen, dass ich trotz der fortgesetzten Angst, in die mich die Rivalität Wilsons versetzte und trotz seines unerträglichen Widerspruchsgeistes mich nicht dahin bringen konnte, ihn wirklich zu hassen. Gewiss, wir hatten fast täglich Streit miteinander und wenn er mir dann auch öffentlich die Siegespalme überließ, so gelang es ihm doch, mich irgendwie fühlen zu lassen, dass eigentlich er es war, der sie verdiente, aber ein gewisser Stolz meinerseits und eine echte Würde seinerseits hielten uns davon ab, ernstlich miteinander zu zanken. In unseren Charakteren gab es doch viele Verwandtes und nur unsere seltsamer Wetteifer war schuld daran, dass meine Gefühle für ihn nicht zu wahrer Freundschaft reiften. Es ist tatsächlich schwer, das Empfinden, das ich für ihn hatte, zu bestimmen oder zu erklären, zwar ein buntes und widersprechendes Gemisch, etwas eigensinnige Feindlichkeit, die dennoch nicht Hass war, etwas Achtung, mehr Bewunderung, viel Furcht und eine Welt rastloser Neugier. Für Seelenkenner wird es unnötig scheinen, hinzuzufügen, dass Wilson und ich die unzertrennlichsten Gefährten waren. Sicherlich lag es an diesen ganz außergewöhnlichen Beziehungen, dass ich meine Angriffe auf ihn, und es gab deren genug, sowohl offene als versteckte, in Form einer bösen Neckerei oder eines Schabernacks ausführte, als scheinbaren Spaß, der dennoch Schmerz bereitete. Eine derartige Handlungsweise lag meiner Stimmung für ihn näher, als etwas ausgesprochene Feindseligkeit, doch meine Unternehmungen gegen ihn waren keineswegs immer erfolgreich, mochte ich meine Pläne auch noch so pfiffig ausgeheckt haben, denn mein Namensvetter hatte in seinem Wesen so viel vornehme Zurückhaltung, dass er keine Achillesferse bot, wohl spottete er gerne selbst, ihn aber lächerlich zu machen war beinahe unmöglich. Ich konnte tatsächlich nur einen wunden Punkt an ihm entdecken, es war eine persönliche Eigenheit, die vielleicht einem körperlichen Übel entsprang und wohl von jenem anderen Gegner, der nicht wie ich am Ende seiner Weisheit angelangt gewesen, geschont worden wäre. Mein Rivale hatte eine Schwäche der Sprecherorgane, die ihn hinderte, seine Stimme über ein sehr leises Flüstern zu erheben. Ich verfehlte nicht aus diesem Übel, meinen armseligen Vorteil zu ziehen. Wilson dankte mir das auf mannigfache Weise, und besonders eine Form der Rache hatte er, die mich unbeschreiblich ärgerte. Woher er die Schlauheit genommen herauszufinden, dass solche scheinbare Kleinigkeiten mich kränken könnten, ist eine Frage, die ich nie zu lösen vermochte. Als er die Sache aber einmal entdeckt hatte, nutzte er sie weitlich aus. Ich hatte stets einen Widerwillen vor einem unfeinen Familiennamen und meinem so gewöhnlichen, ja gerade so plebijedischen Namen empfunden. Sein Klang war in meinen Ohren abstoßend, und als ich am Tage meines Schulantritts erfuhr, dass gleichzeitig ein zweiter William Wilson eintrete, war ich auf diesen zornig, weil er den verhassten Namen trug, und dem Namen doppelt Feind, weil auch noch ein Fremder ihn führte, der nun schuld war, dass ich ihn doppelt so oft hören musste, ein Fremder, den ich beständig um mich haben sollte, und dessen Angelegenheiten so wie der Lauf der Dinge in der Schule nun einmal war, infolge der verwünschten Namensgleichheit unvermeidlicherweise mit den Meinigen verknüpft und verwechselt werden mussten. Mein durch diese Umstände hervorgerufener Verdruss nahm bei jeder Gelegenheit zu, bei der eine geistige oder leibliche Ähnlichkeit zwischen meinem Nebenbuhler und mir zutage trat. Ich hatte damals die bemerkenswerte Tatsache, dass wir ganz gleichaltrig waren, noch nicht entdeckt, aber ich sah, dass wir von gleicher Größe waren und sogar im allgemeinen Körperumriss und in den Gesichtszügen einander glichen. Auch ärgerte mich das in den oberen Klassen umlaufende Gerücht, dass wir miteinander verwandt seien, mit einem Wort, nichts konnte mich so ernstlich verletzen, ja geradezu beunruhigen, obgleich ich diese Unruhe sorgfältig zu verbergen wusste, wie irgendein Wort darüber, dass wir einander an Geist oder Körper oder Betragen ähnlich seien. Doch hatte ich eigentlich, mit Ausnahme des Gerüchtes von unserer Verwandtschaft, keinen Grund zu der Annahme, dass unsere Ähnlichkeiten jemals zur Sprache gebracht oder überhaupt von unseren Mitschülern wahrgenommen wurden. Nur Wilson selbst bemerkte sie offenbar ebenso klar wie ich, dass er darin aber ein fruchtbares Feld für seine Quälereien fand, kann, wie ich schon einmal sagte, nur seinem ungewöhnlichen Scharfsinn zugeschrieben werden. Die Rolle, die er spielte, bestand in einer bis ins kleinste vollendeten Nachahmung meines Ichs in Wort und Tun und er spielte sie zum Bewundern gut. Meine Kleidung nachzuahmen war ein leichtes, meinen Gang und meine Haltung eignete er sich ohne Schwierigkeiten an, abgesehen von dem Hemmnis, das ihm sein Sprachfehler in den Weg legte, entging nicht einmal meine Stimme seiner Nachahmungskunst. Wirklich laute Töne konnte er selbstredend nicht wiederholen, aber sein Tonfall war ganz der meine und sein eigenartiges Flüstern wurde zum vollkommenen Echo meiner eigenen Stimme. Wie sehr dies vortreffliche Porträt mich quälte, denn eine Kalkatur kann man es nicht einmal nennen, will ich nicht zu beschreiben versuchen, ich hatte nur einen Trost, die Tatsache, dass diese Imitation offenbar nur von mir selbst wahrgenommen wurde und dass ich als einziger Mitwisser nur meinen spöttisch lächelnden Namensvetter hatte, befriedigt in seinem Herzen, den gewünschten Erfolg erzielt zu haben. Ich schiene innerlich über den mir glücklich beigebrachten Stich zu kichern und war bezeichnenderweise gleichgültig gegen den allgemeinen Beifall, den der Erfolg seiner schlauen Bemühungen leicht hätte einheimsen können. Dass die Schüler tatsächlich seine Absicht nicht fühlten, seine Meisterschaft nicht wahrnahmen und sich an meiner Verspottung nicht beteiligten, war mir monatelang ein unlösbares Rätsel. Vielleicht war es das allmähliche Heranreifen seiner Kopierkunst, das diese so unauffällig machte oder noch wahrscheinlicher verdankte ich meine Sicherheit vor den anderen, dem weisen Maßhalten des Kopisten, der die groben Äußerlichkeiten verachtete, also alles das, was bei einem Bilde oberflächlichen Beschauern auffallen könnte und vor allem den ganzen Geist seines Originals wiederzugeben versuchte, für meine Augen und zu meinem Kummer. Ich habe bereits mehr als einmal davon gesprochen, welch abscheuliche Beschützermine er mir gegenüber aufsetzte und wie vorwitzig er gegen meine Anordnung und Einspruch erhob. Seine Einmischung geschahen oft in Gestalt von Ratschlägen, nicht offen geboten, aber heimlich angedeutet. Ich nahm sie mit einem Widerwillen entgegen, der mit den Jahren immer heftiger wurde. Doch heute, nach so langer Zeit, muss ich ihm jedenfalls die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich mich keiner Gelegenheit erinnere, wo die Einflüsterungen, ja man kann sagen, die beabsichtigten Suggestionen meines Rivalen eine üble oder leichtfertige Richtung genommen hätten, wie sie von seinem unreifen Alter, seiner scheinbaren Unerfahrenheit wohl zu erwarten gewesen wären. Ich muss ferner gestehen, dass zumindest sein sittliches Fühlen, wenn auch nicht seine allgemeine Begabung, weit stärker war als das meine und ich heute wohl ein besserer und darum glücklicherer Mensch sein könnte, hätte ich die Ratschläge, die sein bedeutsames Flüstern andeutete, weniger oft zurückgewiesen. Aber ich hasste und verachtete jedes Wort, das aus seinem Munde kam. Mehr und mehr sträubte ich mich gegen seine widerwärtigen Bevormundungen und wehrte mich von Tag zu Tag offener gegen das, was ich für unerträgliche Anmaßung hielt. Ich sagte schon, dass in den ersten Jahren unserer Schulkameradschaft meine Gefühle für ihn leicht hätten in Freundschaft ausreifen können. In den letzten Monaten meines Aufenthalts in der Schule aber, in denen übrigens seine Zudringlichkeit mehr und mehr nachgelassen hatte, verwandelte sich mein Empfinden in fast demselben Verhältnis in wirklichen Hass. Ich glaube, er bemerkte das bei irgendeiner Gelegenheit und mied mich von da an oder tat doch so. Es war etwa um diese Zeit, wenn ich mich recht erinnere, dass er in einem heftigen Wortwechsel, den wir miteinander hatten, seine Zurückhaltung mehr als gewöhnlich aufgab und mit einer seiner Natur eigentlich fremden Offenheit auftrat. Und bei dieser Gelegenheit entdeckte ich in seinem Tonfall, seiner Miene und seiner ganzen Erscheinung ein Etwas, das mich zuerst verblüffte und dann tief fesselte, Erinnerungen, Vorstellungen aus meiner frühesten Kindheit, seltsame, verwirrte und einander überstürzende Vorstellungen aus einer Zeit, in der mein Gedächtnis noch nicht geboren war, überfielen mein Geist. Ich kann das sonderbare Gefühl, das mich erfasste, wohl am besten wiedergeben, wenn ich sage, dass es mir schwer wurde, den Glauben abzuschütteln, diesem Wesen, das da vor mir stand, vor langer Zeit einmal ja vielleicht in unendlich ferner Vergangenheit verwandt gewesen zu sein, die Täuschung verschwand jedoch so schnell, wie sie gekommen, und ich erwähne sie nur, weil sie mir am Tage der letzten Unterredung mit meinem eigentümlichen Namensvetter kam. Das riesige alte Haus mit seinen zahllosen Räumen hatte mehrere sehr große Zimmer, die miteinander in Verbindung standen und in denen die Mehrzahl der Schüler ihr Nachtlager hatten. Doch da gab es auch, wie das bei einem so ungünstig gebauten Hause selbstverständlich war, viele kleine Kammern und Schlupfwinkel und diese hatte der haushälterische Geist Dr. Bransbys ebenfalls zu Schlafräumen hergerichtet, wenn auch ein jeder so eng nur war, dass er nur einen einzigen Menschen beherbergen konnte, in einer diesen kleinen Kammern schlief Wurlsen. Eines Nachts gegen Ende meines fünften Schuljahres und kurz nach dem vorhin erwähnten Wortwechsel erhob ich mich, als alles schlief und schlich mit einer kleinen Lampe in der Hand durch ein Labyrinth von Gängen nach der Schlafkammer meines Rivalen. Da mir meine Rachepläne so oft misslungen waren, hatte ich mir nun einen neuen Schabernack ausgedacht, der in die ganze Bosheit fühlen lassen sollte, derer ich fähig war. Als ich sein Kämmerchen erreicht hatte, trat ich geräuschlos ein, nachdem ich die abgeblendete Lampe draußen zurückgelassen. Ich trat einen Schritt vor und hörte ihn ruhig atmen. Als ich mich davon überzeugt hätte, dass er schlief, ging ich zurück, holte die Lampe und trat ans Bett. Es war von Vorhängen umschlossen, die ich langsam und leise beiseite schob, da sie mich an der Ausführung meines Vorhabens hinderten. Das helle Licht der Lampe traf den Schläfer, als meine Blicke auf sein Antlitz fielen. Er blickte und Betäubung, eiserne Erstarrung befiel mich. Meine Knie wankten, ich rang nach Atem, meine Seele erfüllte ein unerklärliches, unerträgliches Entsetzen und atemlos brachte ich die Lampe seinem Gesicht noch näher. Dieses waren die Züge William Wilsons? Ich sah es, dass es die Seinen waren, aber ich schauerte wie in einem Fieberanfall bei der Vorstellung, sie wären es nicht. Was war an ihnen, das mich so verwirrte? Ich spähte, während tausend unzusammenhängende Gedanken meinen Hirn durchkreuzten. Nicht so erschien er, sicherlich nicht so in seinem lebhaft wachen Stunden. Derselbe Name, dieselbe Gestalt, derselbe Antrittstag in der Schule und dann sein beharrliches und sinnloses Nachahmen meines Ganges, meiner Stimme, meiner Kleidung, meines Gebarens. Nag es denn wirklich im Bereich des Möglichen, konnte das, was ich jetzt sah, lediglich das Resultat seiner spöttischen Gewohnheit, mich nachzuahmen sein? Angst erfüllt und mit wachsendem Schauder löschte ich das Licht, ging leise aus dem Zimmer und verließ sogleich die Hallen ihnes alten Schulhauses, um sie nie wieder zu betreten. Nach Verlauf einiger Monate, die ich daheim in Nichtstun verbrachte, kam ich als Student nach Eton. Kurze Zeit hatte genügt, um die Erinnerung an die Ereignisse im Hause Bransbees abzuschwächen oder doch, um einen großen Wechsel in der Natur meiner Gefühle herbeizuführen. Das Drama hatte seine Tragik verloren. Ich fand jetzt Zeit, den Wahrnehmungen meiner Stimme zu misstrauen und dachte selten daran zurück, ohne eine gewisse Verwunderung über die autosuggestive Kraft im Menschen und ein Lächeln über die starke Einbildungskraft, mit der ich erheblich belastet war. Dieser Skeptizismus konnte auch durch das Leben, das ich in Eton führte, nicht vermindert werden. Der Strudel gedankenloser Tollheit, in den ich dort sogleich und gründlich hinabtauchte, brusch von meinem vergangenen Leben alles bis auf den Schaum ab, verschluckte sofort jeden großen, ernsten Eindruck und ließ in meinem Gedächtnis nur ganz belanglose Äußerlichkeiten haben. Ich beabsichtigte aber nicht, hier näher auf meine Verworfenheit einzugehen, die ruchlosen Ausschweifungen zu schildern, mit denen ich die Gesetze verachtete und der Wachsamkeit meiner Lehrmeister spottete. Drei tolle Jahre waren ohne geistigen Gewinn verprasst und hatten mir nichts gebracht, als lasterhafte Gewohnheiten, die meiner körperlichen Entwicklung allerdings sonderbarerweise vorteilhaft gewesen waren. Nach solch einer Woche gehaltloser Zerstreuungen lud ich einmal eine Anzahl der lockersten Vögel mit Studenten zu einem geheimen Zechgelage auf mein Zimmer. Wir versammelten uns zu später Nachtstunde, denn die Völlerei sollte bis zum Morgen ausgedehnt werden. Der Wein floss in Strömen und es fehlte nicht an anderen und vielleicht gefährlicheren Verführungen, dämmerte schon schwach im Osten, als unsere tolle Ausgelassenheit ihren Höhepunkt erreicht hatte. Aufgeregt vom Wein- und Kartenspiel bestand ich darauf, einen ungewöhnlich ruchlosen Trinkspruch auszubringen, als meine Aufmerksamkeit plötzlich auf das heftige Öffnen einer Tür und die dringliche Stimme eines Dieners hingelenkt wurde. Der Mann sagte, es wolle mich jemand, der es anscheinend sehr eilig habe, draußen im Vorzimmer sprechen. In meiner fröhlichen Weinstimmung fühlte ich mich von der unerwarteten Störung weniger überrascht als entzückt. Ich schwankte sofort hinaus und stand nach wenigen Schritten draußen in der Vorhalle. In dem niedrigen und schmalen Raum hing keine Laterne und es war gegenwärtig überhaupt nicht erleuchtet, abgesehen von dem sehr schwachen Morgengrauen, das durch das halbrunde Fenster drang. Als ich den Fuß über die Schwelle setzte, gewahrte ich die Gestalt eines jungen Mannes. Von etwa meiner Größe, der ganz meiner momentanen Kleidung entsprechend, einen nach neuestem Schnitt gearbeiteten Hausrock aus weißem Kaschmir trug. So viel enthüllte mir das matte Tageslicht. Seine Gesichtszüge konnte ich nicht erkennen. Bei meinem Eintritt kam er eilig auf mich zu, ergriff mich mit heftig Ungeduld am Arm und flüsterte mir die Worte »William Wilson« ins Ohr. Ich wurde sofort nüchtern. Da war etwas im Wesen dieses fremden im Zittern seines warnend erhobenen Fingers, der im Zwielicht vor meinen Augen schwankte. Da war etwas, was mich mit unbegrenztem Staunen erfüllte. Aber nicht das war es, was mich so heftig erregen konnte. Es war der inhaltsschwere feierliche Verweis, der in der eigenartigen, leise gezischten Äußerung lag und vor allem der besondere Tonfall, in dem diese zwei wohlbekannten Worte geflüstert wurden und der mit tausend Erinnerungen vergangener Tage auf mich einstürmte und meine Seele traf wie mit einem elektrischen Schlag. Bevor ich wieder Herr meiner Sinne wurde, war die Gestalt verschwunden. Obgleich der Eindruck, den dies Erlebnis auf meine zügellose Fantasie machte, ein eher tiefer war, blieb er jedoch nicht von langer Dauer. Einige Wochen allerdings plagte ich mich mit ernsten Fragen und war von krankhaften Vorstellungen umdüstert. Ich versuchte nicht an der Identität dieses seltsamen Wesens mit jenem, das ich früher schon so hartnäckig in meine Angelegenheit mischte und mich mit seinem aufdringlichen Rat quälte, zu zweifeln. Doch wer und was war dieser Wilson und woher kam er und was waren seine Absichten? Auf keine dieser Fragen fand ich eine befriedigende Antwort. Nur das eine stellte ich fest, dass ein plötzlich eintretendes Familienereignis sein Ausscheiden aus Dr. Barnsby's Lehranstalt am Nachmittag desselben Tages zur Folge gehabt hatte, an dem ich von dort entflohen war. Nach kurzer Zeit aber ließen meine Gedanken von dieser Sache ab, da meine beabsichtigte Übersiedlung nach Oxford mich vollauf in Anspruch nahm. Bald darauf führte ich diese aus und die Freigiebigkeit meiner Eltern verschaffte mir eine Ausstattung und einen jährlichen Wechsel, der es mir ermöglichte, in all dem mir schon so unentbehrlich gewordenen Luxus zu schwelgen und in der Verschwendungssucht mit den hochfahrenden Erben der reichsten Grafschaften Großbritanniens zu wetteifern. Durch meine reichen Mittel zum Laster angespornt, brach mein ursprüngliches Temperament mit verdoppeltem Feuer hervor und widersetzte sich sogar der so selbstverständlichen Entzügelung, der Sitte und Anstand jenem gebildeten Menschen auferlegen. Doch es wäre unsinnig, wenn ich mich bei den Einzelheiten meines lasterhaften Lebens aufhalten wollte. Mag das Bekenntnis genügen, dass ich als Verschwender selbst den Herodes in den Schatten stellte und dass ich der langen Liste der Laster, die damals an der ausschweifenden Universität Europas üblich war, durch Erfindung meiner Fülle von neuen Schandtaten einen umfangreichen Anhang hinzufügte. Und doch ist es wohl schwer zu glauben, dass ich sogar so weit gekommen war, mir die gemeinsten Schliche der Gewohnheitsspieler anzueignen und meine Erfahrungen in ihrer verächtlichen Wissenschaft dazu zu benutzen, auf Kosten meiner harmlosen Mitstudenten meinen ohne dies ungeheuren Einnahmen zu vergrößern. Aber es war so, und dieses unerhörte Hohensprechen auf alle Ehre und Manneswürde war zweifellos der Hauptgrund, ja wohl der einzige Grund, dass ich straflos ausging. Wer unter meinen verweengsten Kameraden würde nicht eher die Klarheit seiner Sinne anzweifeln, als den heiteren, freimütigen, verschwenderischen William Wilson, den vornehmsten und gebildetsten Studenten von Oxford, solche Gemeinheiten für fähig gehalten zu haben, ihn dessen Tollheiten, so sagten die Parasiten, nur Tollheiten seiner überschäumenden Jugend und ungezügelten Fantasie, dessen Fehler nur seltsame Launen, dessen dunkelste Laster nur sorglose, sprudelnde Torheiten waren. Zwei Jahre lang war ich in dieser Weise erfolgreich tätig gewesen, als ein junger, erst jüngst geadelter Emporkömmling namens Glendening die Universität bezog. Man sagte, er sei reich wie Herodes Atticus und sei auch so leicht, wie dieser zu seinen Reichtümern gelangt. Ich entdeckte bald, dass er kein großer Schlaukopf war und hielt ihn für ein passendes Objekt für die Anwendung meiner einträglichen Kunst. Ich forderte ihn des Öfteren zum Spiel auf und mit der üblichen List des Fallspielers ließ ich ihn zunächst beträchtliche Summen gewinnen, um ihn später desto sicherer einzufangen. Als mein Plan ausgereift war, traf ich ihn in der Wohnung eines Herrn Preston, eines Mitstudenten, in der bestimmten Absicht, dass diese Begegnung die letzte und entscheidende sein sollte. Preston war mit jedem von uns befreundet, hat aber natürlich nicht die leiseste Ahnung von meinem Vorhaben und der Sache einen harmlosen Anstrich zu geben, hatte ich mich bemüht, eine Gesellschaft von 18 oder 10 jungen Leuten dort zu haben und war peinlich darum besorgt, dass man nur wie zufällig nach den Karten griff und dass mein Opfer selbst danach verlangen sollte. Um kurz zu sein, ich hatte keinen der niedrigen Kunstgriffe verschmäht, die bei solchen Gelegenheiten so regelmäßig angewendet werden, dass es geradezu ein Wunder ist, wenn es noch immer Dumme gibt, die diese tief in die Nacht ausgedehnt, als es mir endlich gelang, Glendening als einzigen Partner zu bekommen. Wir waren bei meinem Lieblingsspiel, dem NKT. Die anderen nahmen so lebhaften Anteile in unserem Spiel, dass sie selbst die Karten beiseite gelegt hatten und uns als Zuschauer umringten. Der Emporkömmling, den ich anfänglich zu reichlichem Trinken veranlasst hatte, mischte, gab und spielte mit einer Nervosität, für die seine Trunkenheit nur zum Teil die Ursache sein konnte. In sehr kurzer Zeit schuldete er mir bereits beträchtliche Summen. Nun aber tat er einen tiefen Zug aus seinem Portweinglas und schluck mir vor, was mir eine kühle Berechnung nicht anders erwartet hatte, unseren bereits übertrieben hohen Einsatz zu verdoppeln. Mit gut gespieltem Widerstreben und nicht, ehe meine wiederholte Weigerung ihn zu ein paar ärgerlichen Worten veranlasst hatte, die mein Nachgeben gewissermaßen herausforderten, willigte ich schließlich ein. Der Erfolg bewies selbstverständlich nur, wie rettungslos der Partner mir ins Garn gegangen. In kaum einer Stunde hatte er seine Schuld vervierfacht. Seit einer Weile schon hatte sein Gesicht den rosing Anhauch verloren, den ihm der Wein verlieh. Jetzt aber sah ich zu meinem Erstaunen, dass es grauenhaft bleich geworden war. Ich sage zu meinem Erstaunen, denn man hatte mir Glendening bei meinen eifrigen Nachforschungen als unermesslich reich hingestellt, und wenn seine Verluste auch sehr hoch waren, so konnten sie ihn doch, wie ich annahm, nicht ernstlich schädigen. Wie viel weniger so tief erschüttern. Der nächstliegende Gedanke war natürlich, seinen Zustand als eine Folge des übertriebenen Weingenusses anzusehen, aber als ich mehr zu dem Zweck, mich vor den Kameraden in ein gutes Licht zu setzen, als aus irgendeinem anderen Grunde gerade die feste Absicht kundtun wollte, das Spiel abzubrechen, machten mir ein paar Äußerungen der hinter mir stehenden und ein Ruf der Verzweiflung seitens Glendinnings klar, dass ich seinen vollständigen Ruin herbeigeführt hatte, und unter Umständen, die ihn zum Gegenstand des allgemeinen Mitleids machten und ihn wo selbst vor hatte uns allen eine gewisse Verlegenheit versetzt, es herrschte minutenlanges Schweigen und ich fühlte, wie meine Wangen unter den vielen zornigen und vorwurfsvollen Blicken brannten, musste sogar zugeben, dass mir durch die nun plötzlich eintretende unerwartete Unterbrechung vor einen kurzen Augenblick eine schwere Last, ein unerträgliches Gefühl der Beklemmung vom Herzen genommen wurde. Die großen schweren Flügeltüren wurden auf einmal mit heftigem Ungestüm aufgeworfen, sodass wie mit einem Zauberschlag alle Lichter im Raum erloschen. In ihrem Hinflackern sahen wir noch, dass ein Fremder eingetreten war, er hatte ungefähr meine Größe und war eng in einen Mantel gehüllt. Schnell aber war es vollständig dunkel geworden und wir konnten nur fühlen, dass er in unserer Mitte stand, ehe einer von uns sich von dem Staunen erholt hatte, in das dies der mir bis ins Mark drang. Meine Herren, ich versuche nicht, mein Auftreten zu entschuldigen, denn ich komme, um meine Pflicht zu erfüllen. Sie sind zweifellos über den wahren Charakter des Herrn, der heute Nacht beim Eckarté, dem Lord Glendening, eine große Summe abgewand nicht unterrichtet. Ich will Ihnen daher mitteilen, wie Sie sich rasch und sicher die nötigen Aufklärungen verschaffen können. Bitte untersuchen Sie nur gründlich das Futter seines linken Ärmel Aufschlags und die verschiedenen kleinen Päckchen, die sich in den reichlich großen Taschen seines bestickten Hausrocks finden werden. Während er sprach, herrschte eine so tiefe Stille, dass man das Niederfallen einer Stecknadel hätte hören können. Als er geendet, verließ er das Zimmer ebenso plötzlich, wie er ist betreten. Kann ich Soll ich meine Gefühle schildern? Muss ich sagen, dass ich alle Schrecken der Verdammten durchlebte? Ich hatte wenig Zeit zum Nachdenken, viele Hände packten mich raus, wurde sofort wieder Licht gemacht, die Suche begann. Im Futter meines Ärmels fand man alle zum EKT gehörenden hohen Karten und in den Taschen meines Hausrocks eine Anzahl Kartenspiele, die den bei unseren Sitzungen gebräuchlichen vollkommen glichen. Nur gehörten meine zu denen, die man mit dem Fachausdruck als die Abgerundeten bezeichnet. Die hohen Karten warten oben und unten, die niederen an den Seiten leicht konvex. Wenn nun der Gimpel beim Abnehmen die Karten wie es üblich ist seitwärts abhebt, so wird er jedes Mal seinem Partner eine hohe Karte zuteilen, während der Fallspieler an der Schmalseite abhebt und folglich seinem Opfer keine Karte gibt, die im Spiel von irgendwelchem Wert ist. Wäre man nach dieser Entdeckung in Trüstung ausgebrochen, ich hätte es leichter ertragen können als die schweigende Verachtung und hohenvolle Gelassenheit, mit der man die Sache aufnahm. Herr Wilson, sagte unser Gastgeber, während er sich bückte und einen kostbaren Pelzmantel aufhob, Herr Wilson, der Mantel gehört wohl Ihnen? Es war kaltes Wetter und als ich meine Wohnung verließ, hatte ich daher, da ich nur im Hausdruck war, einen Mantel übergeworfen, den ich dann hier im Hause abgelegt. Ich denke, es ist überflüssig, auch hier noch nach weiteren Beweisen ihrer Hinterlist zu suchen. Er betrachtete den Mantel mit bitterem Lächeln. Wir haben schon genug davon. Sie sehen wohl selbst die Notwendigkeit ein, Oxford zu verlassen, jedenfalls aber sofort meine Wohnung zu verlassen. Verhöhnt und gedemütigt, wie ich durch diese Rede war, hätte ich mich wahrscheinlich sofort durch eine tätliche Beleidigung gerecht, wäre nicht im selben Augenblick meine ganze Aufmerksamkeit durch eine höchst sonderbare Tatsache gefesselt worden. Der Mantel, den ich bei meinem Herkommen getragen, war aus sehr seltenem Pelzwerk, wie selten, wie außerordentlich kostbar es war, mag ich gar nicht zu sagen. Auch entstammte seine Machart meinem eigenen Erfindergeist, denn ich war, was meine Kleidung anlangte, geradezu geckenhaft eitel. Als mir daher Herr Preston jenen Mantel reichte, den er in der Nähe der Flügeltür vom Boden aufgehoben, gewahrte ich mit Staunen und Entsetzen, dass ich den Meidigen bereits auf dem Arm trug. Ich hatte ihn anscheinend ganz unwillkürlich schon ergriffen, und dass der mir dargebotene in in einen Mantel gehüllt gewesen, und keiner aus unserer Gesellschaft außer mir hatte einen solchen umgehabt. Mit einiger Geistes Gegenwart nahm ich den Mantel, den Preston mir reichte, legte ihn unbemerkt über den anderen auf meinem Arm und verließ mit finsteren, trotzigen Blicken das Zimmer. Am anderen Morgen trat ich vor Tagesanbruch eine Reise nach dem Kontinent an, gehetzt von Scham und Entsetzen. Ich floh vergebens. Mein böses Geschick verfolgte mich frohlockend und zeigte, dass seine geheimnisvolle Macht eigentlich jetzt erst beginne. Kaum hatte ich meine Schritte nach Paris gelenkt, als ich neue Beweise von der Anteilnahme erhielt, die dieser fürchterliche Wilson für meine Angelegenheit zeigte. Jahre vergingen, ich fand keine Lösung. Der Schurke, mit welch ungelegener, welch gespenstischer Geschäftigkeit trat er in Rom zwischen mich und meine ehrgeizigen Pläne und in Wien ebenso in Berlin und Moskau. Ja, wo war mir nicht bittere Ursache, ihn auf tiefstem Herzen zu verwünschen? Schließlich floh ich vor seiner rätselhaften Tyrannei wie ein Halbwahnsinniger und bis an das Ende der Welt floh ich vergebens und wieder und wieder fragte meine Seele sich in geheimer Zwiesprache mit sich selbst, wo ist er, woher kam er, was sind seine Absichten? Doch war keine Antwort zu finden, und nun forschte ich mit peinlichster Genauigkeit der Art dem Vorgehen den herrschenden Zügen seiner unverschämten Überwachung nach, aber selbst hier gab es nur wenig, worauf sich eine Vermutung gründen ließ. Es war allerdings auffallend, dass es ihm bei jedem der zahlreichen Fälle, in denen er seit kurzem meinen Weg kreuzte, lediglich darauf ankam, solche Pläne zu vereiteln oder solche Handlungen zunichtet zu machen, die, wenn sie zur vollen Ausführung gelangt wären, schlimmes Elend gezeigt hätten. Welch eine armselige Rechtfertigung für eine so gewalttätige Bevormundung, so hartnäckig es so freches Eingreifen in meine natürlichen Rechte der Selbstbestimmung. Ich hatte ferner festgestellt, dass mein Peiniger, der mit wundersamer Geschicklichkeit meine Erscheinung bis ins kleinste nachahmte, es bei seinen jedesmaligen Einmischungen Mochte Wilson sein, wie er wollte. Das jedenfalls war die abgeschmackteste Ziererei und Albernheit. Konnte er nur einen Augenblick annehmen, dass ich in dem Warner aus Eaton, in dem Zerstörer meiner Ehre in Oxford, in ihm, der in Rom meine hochfliegenden Pläne, in Paris meine Rachegelüste, in Neapel meine leidenschaftliche Liebe vereitelte und in Ägypten ein Vorhaben störte, dass er fälschlicherweise meine Habgier zuschrieb, dass ich in diesem meinem Erbfeind und bösen Geist den William Wilson meiner Schuljahre nicht wiedererkennen würde, den Namensvetter, den Kameraden, den Rivalen, den verhassten und gefürchteten Rivalen im Hause Dr. Branbys? Unmöglich. Doch lasst mich zu der letzten ereignisreichen Szene des Dramas kommen. Bis jetzt hatte ich mich seiner Herrschaft blindlings unterworfen. Die tiefe Ehrfurcht, mit der ich gewohnt Wilsons anzusehen, hatte gemischt mit dem Entsetzen, mit dem gewisse andere Züge seines Wesens mich erfüllten, mich von meiner eigenen Schwäche und Hilflosigkeit überzeugt und eine vollständige, wenn auch widerstrebende Unterwerfung unter seinen despotischen Willen herbeigeführt. In letzter Zeit aber hatte ich mich ganz dem Wein ergeben und sein aufreizender Einfluss auf mein ererbtes Temperament machte mir dies Überwachtsein immer Und war es nur Einbildung, was mich glauben ließ, dass mit meiner zunehmenden Festigkeit diejenige meines Peinigers im entsprechenden Verhältnis abnahm? Seitdem, wie ich wolle, ich begann zu fühlen, dass brennende Hoffnung in mir erwachte und näherte schließlich in meinen geheimsten Gedanken den festen und verzweifelten Entschluss, meine sklavische Unterwerfung abzuschütteln. Es war in Rom, als ich im Karneval des Jahres 18 einem Maskenfest im Palazzo des napolitanischen Herzogs Dibroglio Bein wohnte. Ich hatte noch reichlicher als sonst dem Beine zugesprochen und jetzt quälte mich die erstickende Luft der überfüllten Räume unerträglich. Auch die Schwierigkeit, mit der ich mir durch das Gewühl der Gäste meinen Weg bahnen musste, trug nicht wenig dazu bei, meine Stimmung reizbar zu machen, denn ich suchte, lasst mich verschweigen, aus welch unerwürdigem Grunde, suchte eifrig die junge und fröhliche und wunderschöne Frau des alten kindischen Narren Dibroglio. In ihrem sorglosen Vertrauen hatte sie mir verraten, welches Maskengewand sie tragen werde, und nun hatte ich sehr spät und eilte in ihre Nähe zu gelangen. In diesem Augenblick fühlte ich eine leichte Hand auf meiner Schulter und in meinem Ohr das unvergessliche verwünschte Flüstern. In einem wahren Wutanfall wandte ich mich dem Störer zu und ergriff ihn heftig beim Kragen. Er war, wie ich es erwartet, in genau das gleiche Gewand gekleidet wie ich selbst. So trug also auch er einen kaminroten Gürtel, in dem ein Rapier steckte. Eine schwarze Seidenmaske bedeckte sein Gesicht. »Schurke«, sagte ich vor Wut heißerer Stimme, während jede Silbe, die ich sprach, meinen Zorn mit neuen Gluten schürte. »Schurke, Betrüger, verfluchter Schuft, du sollst mich nicht, du sollst mich nicht so tot erhetzen, folge mir oder ich steche dich hier auf der Stelle nieder.« Und ich bahnte mir aus dem Ballsaal den Weg in das angrenzende kleine Vorzimmer und zog ihn mit Gewalt mit mir. Als ich dort eintrat, schleuderte ich ihn wütend von mir fort, er schwankte gegen die Wand, ich schloss fluchend die Tür und gebot ihm, den Degen zu ziehen. Er zögerte nur einen Augenblick, dann seufzte er, zog den Degen und stellte sich in Bereitschaft. Der Zweikampf war kurz genug. Ich war in rasender Aufregung und blinder Wut und fühlte in meinem Arm die Kraft von Hunderten. In wenigen Sekunden drängte ich ihn gegen die Wand zurück und da ich ihn nun ganz in meiner Gewalt hatte, stach ich ihm die Waffe in fiescher Gier wieder und wieder durchs Herz. Da versuchte jemand die Tür zu öffnen, ich eilte hin, um eine Störung fernzuhalten, kehrte aber sofort zu meinem sterbenden Gegner zurück. Doch welche menschliche Sprache kam das Erstaunen, das Entsetzen wiedergeben, das mich bei dem Schauspiel erfasste, das sich nun meinen Blicken bot. Der kurze Augenblick, für den ich die Augen abgewendet hatte, genügte, um drüben am anderen Ende des Zimmers eine Veränderung zu schaffen. Ein großer Spiegel, so schien es mir zuerst in meiner Verwirrung, stand jetzt da, wo vorher keiner gewesen war, und als ich im höchsten Entsetzen zu ihm hinschritt, näherten sich mir aus seiner Fläche meine eigenen Züge, Bleich und Blut besudelt, meine eigene Gestalt ermatteten Schrittes. So schien es, sage ich, doch war es nicht so, es war und sein Mantel lagen auf dem Boden, da, wo er sie hingeworfen, kein Faden an seinem Anzug, keine Linie in den ausgeprägten und eigenartigen Zügen seines Antlitzes, die nicht bis zur vollkommenen Identität mein Eigen gewesen wären. Es war Wilson, aber seine Sprache war kein Flüstern mehr, und ich hätte mir einbilden können, ich selber sei es, der da sagte, du hast gesiegt, und ich unterliege. dennoch, von nun an bist auch du tot, tot für die Welt, den Himmel und die Hoffnung. In mir lebtest du, und nun ich sterbe, sieh hier im Bilde, das dein eigenes ist, wie du dich selbst ermordet hast.